Und mit diesem witzigen Geld, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Battleblock Theater mit Katan. Hallo. Und ich wollte eigentlich noch meinen Kopf wechseln, egal. Ist egal. Spielen wir eben wieder mit den Köpfen. Oh, das wird nichts. Das wird nichts. Hab ich mir auch gerade gedacht. Okay, komisch, das Level. Das ist ein seltsames Level. Äh, das ist ein seltsames Level. Äh, das ist ein seltsames Level. Bäh. Hm? Ja. Däh. Ja. Ach so. Du machst es schon. Ja. Ja. Woanders kann der nicht hin. Au. Hoppala. Na toll. Wir haben uns jetzt schon das... Okay, passt. Ja, weil... Woanders kann der nicht hin. Nee. Was ist denn... Äh? Nimm ihn mal nochmal runter, damit ich da rüberkomme. Danke. Bitte. Äh. Wir müssen den hier, glaub ich, irgendwie wegbekommen. Weil dann kommen wir da runter. Mal weg. So, jetzt schm- äh. Ah, okay. Äh. Äh. Eigentlich sollten wir da runter und nicht den Stein. Nein. Hoppla. Oder? Ne, stimmt gar nicht. Wir können aber auch nicht runter. Ja, jetzt haben wir uns, glaub ich, schon mies. Es sei denn, warte mal, kann ich hier den hier... Nö, wir haben... Oh. Oh, warte mal. Kann ich jetzt den hier nehmen? Ich nehme da ein Speer und jetzt den hier nehmen? Oh. Wieso ist der jetzt von dem Viech runter gewesen? Ich weiß es nicht. Aber so müssen wir es, glaub ich, bringen. Ja, wir sollen den, glaub ich, rüber transportieren. Dann musste erst der hier weg. Dann muss das Viech erstmal wieder rüberholen. So. Perfekt. Durch Zufall auf die Lösung gekommen. Ja. Wer kommt denn da drauf? Ne, das war natürlich alles geplant, Leute. Natürlich. Könntest du mal auf den... Achso, geht ja nicht auf beide gleichzeitig, weil ja, da die Ventilatoren sind. Nein, nein. Äh. Ach, toll. Nein! Nein! Nicht zurück! Du blödes Mistvieh! Du bist so mies! Kannst du schon mal rüberspringen? Auf die, äh, linksseite, wir brauchen dich da. So. Äh, wenn du nach links geht... Nein, 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 runter, runter, runter. Pass mal auf, jetzt gehst du drauf, wenn du nach links kommt. Und wenn er dann links ist, dann gehst du jetzt runter. So. Und wenn er durch meine Kiste durch ist, äh, gehe ich von meinem Schalter runter und du auf deinen drauf. Ah! Okay. Verstehst du? Ja, verdammt. Weg, 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 weg! Zu spät. Jetzt muss man, aber jetzt kannst du wieder drauf, jetzt müssen wir ihn wieder drüber boxieren. Und weg. Jetzt ich. Und jetzt du. Na, zu spät. Zu spät. Jetzt du. Zu spät. Ich bin weggegangen. Oh, toll. Ist doch Mist, ey. Du bist dran. Ich bin wieder ich dran. Und du. So, und jetzt. Ah! Dann hat sich da links irgendwas getan. Ah! Alles super. Ich dachte, das war ja eine Geburt. Perfekt. Achso, ich, ja, doch so. Alles gut. Ah, jetzt aber. Ist okay. Sorry. Sorry. Wurde ich schon geröstet, aber ist okay. Ich glaube, wir sollten erstmal gucken, wann oben der Röster ist. Ey! Ja, ist das genau! Ey! Ah! Äh. Ja. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Ich bin da drauf, der drauf, der drauf. Danke. Das ist schon wieder. Geh hoch, geh hoch, geh hoch! Jetzt ist es meins geworden. Oh mein Gott, das ist mein Überleber! Oh nein! Ey, ich kann den Schein doch so offen halten. Warte. Geh hoch! Es geht nicht! Ah, jetzt! Also. Nein! Was machst du? Ich wollte dir helfen! Brauche ich nicht, ich brauche nur den Stein jetzt wieder. Ich brauche gleich da oben auf den Schalter. Jetzt muss ich kontineln. Dann passt es. Ich wollte loyal sein! Ist schon okay. Ich bin echt gut! Ist okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte. Oh mein Gott! Das ist ein Problem! Ja ja. Ich bin auch nicht! Ja! Ja! Okay, keine Ahnung. Achso! Oh! Stop doing that! Ach so! Stop doing that! Ach so! Ach so! Ach so! Das ist nicht gut! Oh! Oh! Ach so, oh Gott! Soll ich runter, okay? Ach so, okay. Okay, wir sollten uns einigen, wer runter geht. Ich bleib noch. Warten... Oh! Komm! Häng dich! Ist, drauf! Häng dich! Mist! Äh, ich kann's dir auch von hier unten aus wegmachen. Lass mal. Wenn du dann bereit bist, sagst Schüss! Äh... Ja, ich dachte du wartest... Oh! Mist! Mist! Nein! Äh... Nein! Nein! Er... Diese sind... Who... Glock onげ... Der... Bob Allison... Auf muss einfach nie Perquè... mortgage... rendered kein aveer... Grazie... Du äh... Sorry, es hätte nicht gereicht... Es hätte nicht gereicht... Nein! Du musst doch dran rechnen, damit du möglichst frei machst. Erstmal warten. Du musst zuerst. Und jetzt drunter. Oh Gott, diese Lädel, ey. Oh ja. Uah! Nein! Nein! Äh, musst du hoch zu den rechten? Nee. Nee, auf den linken. Okay. Ich wahrscheinlich auf den rechten. Ah, okay. Puh! Oh! Gott, ist weg! Oh, 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 oh! Nein! Ach so! Ah, ich sollte vielleicht dann... Ich muss dich... Ah! Wie könnte ich noch nicht weiter schieben? Yay! Krass! Wie heißt der Porta? Den kann man nicht benutzen. Wo will er hin? Keine Ahnung. Schmeißt mich. Ach so, ja, ähm... Ah! Wurde gefurzt! Du kannst dann durch den Porta kommen, dann kriegst du auch das Wald neu. Ah! Ah! Und, jetzt kommt! Ich will ein A++ sehen! Ich glaub nicht! Mist! Um zu sch... So langsam war mir doch gar nicht! Naja... Nicht für diesen Mist! Nichts hier oben, schade. Mhm, ja. Ich verlasse nicht ganz deine Meinung. Auf jeden Fall! Ja, du meinst auch, verstehe ich schon, wir verstehen uns. Das ist doch nicht gut! Das ist ein Level! Nein! Ah! Aha, nicht gut! Hä, siehst du, habt auch geschafft! Ja, jetzt weg! Ah, okay. Ja, okay. Äh, ach, geh mal da drauf! Gem, 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 gem! Gem, gem, gem! Äh... Porter, links! Geh runter! Ne, ich wollte eigentlich... Da oben ist doch ein Gem! Ähm... Ja, so, perfekt! Perfekt! Dann gleich runter dürfen! Hm... Irgendwie? Oder von dem Eisblock aus werfen! Geh mal auf den rechten Eisblock! So! Ah! Ah! Du warst auf dem Eisblock, dann dachte ich... Eigentlich bin noch mal geru... What the fuck! Jetzt werfen! Ganz langsam! Jetzt werfen! Okay! Warte! Halt... Genau! Müsse halt ich dich eher werfen, weil du das besser kannst! Okay! Okay! Ach, Moment, jetzt werde ich gerufen! Okay! 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 Ach, ne! Falsche... Oppala! Falsche Taste! Was tue ich? Keine Ahnung! Alter! Hippi! Hippi! Was tue ich? Du musst da dessen in die Richtung gedrückt halten! Und dann X! Das ist die linke! Ja, oder so! Perfekt! Perfekt! Ich glaub, das Schwein ist runtergekommen! Oh! Ja! Ahja! Das wär dann für dich dann im Prinzip, ne? Hm... Ja, ich sollte vielleicht auch noch irgendwie... Egal! Ja, ist doch alles! Ahja! Siehst du? Alles unter Kontrolle! Ja! Ja, ist doch alles unter Kontrolle! Ich hab die Check-Con aktiviert! Und ich? Keine Ahnung, du fährst da auch einfach runter und dann... Oh, wir brauchen die Sau hier unten wahrscheinlich! Oh! Deswegen kann man hier auch wieder hochklettern! Kann ihr durch den Teleporter? Ja, ja! Die Frage ist nur, wie kriegen wir sie... Oh! Oh! Wir müssen uns auch wieder hoch! Du musst auf den Schalter stehen! Oh! 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 Oh, das ist aber Was ist immer wert ... Oh! So, jetzt vielleicht? Nö. Ja, dann mach ich das mal da unten. Ja, aber du musst auf den Schalter. Ach so. Ist so doof. Warte mal. Jetzt vielleicht? Ah, ich scha... Warte so. Super, helft mir nicht. Ja, du hast es doch geschafft, du hast es vorher auch ohne mehr Hilfe geschafft. Du hast mich vorher fallen lassen. Was? Das würde ich nur sagen. Das sehen musst du ja dann drücken, okay. Gut, das ist auch, genau. Äh, äh. Ich geh mal hier runter. Ja. Hui, ja. Ah. Nö. Ah, das direkt wird die rechten, du musst da auch lang. Okay. Ja, okay. Oh ja. Oder so. Oh. Oh. Ähm. Schmeißen? Äh, ne. Ich geh mal auf den Schalter. Äh. Das geht wirklich nicht. Ich dachte, das müsste gehen. Okay. Dann warte mal. Das muss ja irgendwie damit funktionieren, oder? Wir können uns ja nicht die Sau holen. Äh. Das muss ja irgendwie damit funktionieren. Äh, eigentlich schon. Weil es ist ja... Das ist nicht gut. Den du nochmal rüber. Oh, warte mal. Äh. Alter. Ähm. Geh mal kurz von dem Schalter runter. Äh. Äh. Ja, da kommst du nicht hoch genug. Hm. Geh mal. Ach, bei dir funktioniert das. Was? Ja, du bist da lang gekommen. Mich hat es immer auf den oberen Stacheln aufgespießt. Hä? Hä? Okay. Du musst dann also... Du musst dann rechtzeitig die Stacheln deaktivieren. Ja. Allerdings. Oh. Ja. Hoppala. Weil dann hast du auch den Doppelsprung noch übrig. Äh. Ja, ich wusste nicht, dass du schon reingehst. Nee, ich wollte auch eigentlich gar nicht. Ich bin da so... Äh. Ich deaktiviere in 3, 2, 1. Ja. Ich wollte deswegen einen Countdown machen. Ja, ich wusste nicht, dass du schon reingehst. Ich wollte deswegen einen Countdown machen. Äh. Also. Drei. Zwei. Eins. Jetzt. Fast. Drei. Zwei. Eins. Jetzt. Fast. Drei. Zwei. Eins. Jetzt. Oh, das ist noch zufrieden. Drei. Zwei. Eins. Äh. Jetzt. Du musst ja auf den Dinger warten. Sorry. Drei. Zwei. Eins. Jetzt. Vielleicht immer wenn der Dinger gerade aufhört, ne? Äh. Äh. Geh rein. Hör rein. Hör rein. Hör rein. Hör rein. Hör rein. Auf jeden Fall. Hör rein. Oh. 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 Hi. Du kannst es tun, also kannst du es tun. Es ist ein Yarn, yay. Yarn? Wo ist das letzte Wort? Ich bin hier oben gestartet. Ach ne, ich bin hier oben gestartet. Ja, ja, echt. Oh, perfekt. Siehst du, ich habe es geschafft. Ja, total. Da kommt auch noch so ein Timing Mist. Oh Gott, dem ist klar, dass wir da versagt haben. Natürlich, das ist nicht unser. Sehr, sehr gut. Wer unsere Portal Parts kennt, der weiß das schon. Alle kommen gut voran, sehr gut. Ja, würde ich sagen, war es das erstmal für diesen Part von BattleBlock Creator. Ja, wir bedanken euch fürs Zuschauen. Ihr hattet wieder ein wenig Spaß an diesem Part. Über eure Kommentare und eure Bewerber würden wir uns sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play BattleBlock Creator mit Katan. Tschau Leute. Tschüss. Tschüss.